Hallo, mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine ganz interessante Frage entdeckt und die würde ich gerne einmal mit euch ausdiskutieren und mit euch besprechen. Und zwar lautet die Frage, was würdest du für eine Regel aufstellen, wenn du die Königin auf einer einsamen Insel wärst und eine Gefolgschaft hättest, die auf deine Regeln hören müsste und was wäre die erste Regel, die du aufstellst? Und ich wusste sofort, ganz spontan darauf zu antworten und deswegen würde ich euch gerne erzählen, was für eine erste Regel das wohl sein wird oder wäre. Ich möchte gar keine Königin auf einer einsamen Insel sein, aber das wäre doch mal eine interessante Frage, wo ich mir gedacht habe, mit euch in diesem Video zu besprechen und warum ich keine Königin sein würde. Und das ist auch nochmal eine tolle Frage für ein neues Video, finde ich. Genau, jedenfalls die erste Regel wäre und das Allerwichtigste, was ich von allen meinen Untertanen wollen würde, ist, ihr dürft nicht lügen. Ihr müsst immer die Wahrheit sagen und dürft niemals die Unwahrheit sagen. Ich finde es so furchtbar, wenn man lügt und ich glaube, dass das die Gesellschaft und die Regeln und das Zusammenleben von Menschen so erschwert und so viel Feindschaft und Zwietracht erzeugt, dass das meine wichtigste und einzigste Regel, glaube ich, wäre, die man im Zusammenleben braucht, um zumindest einigermaßen harmonisch zusammenleben zu können. Denn Lügen ist so abartig, finde ich. Es ist etwas, was von einem schwachen Charakter zeugt, weil du nicht genug Selbstbewusstsein hast, um die Wahrheit zu sagen. Ja, wenn man, ich verstehe es auch nicht, warum man es nicht macht, wenn ich etwas getan habe, ja, und ich mich dafür schäme oder es mir unangenehm ist, es mir peinlich ist. Wenn ich dann diese Sache vertusche oder mit einer Lüge überdecke, dann muss mir doch klar sein, dass das irgendwann herauskommen könnte. Und der Stress, der das verursacht, ist ja allein schon ein Grund dafür, nicht zu lügen. Ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich lüge nie, ich habe schon öfters Videos drüber gemacht. Natürlich, glaube ich, jeder lügt in der eher einen oder anderen Version. Der eine spricht nicht drüber, das ist etwas, was ich zum Beispiel gerne mache. Also ich sage es dann nicht so direkt und ich sage es, ich lüge nicht, aber ich stelle das so ein bisschen anders dar, als es wirklich war. Ja, das ist etwas, was ich gemacht habe oder was ich mache, wenn mir wirklich etwas richtig unangenehm ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Lüge, eine glatte Lüge ist, finde ich, total daneben, ja. Und es gibt Menschen, die lügen ständig. Und man weiß, dass dieser Mensch ständig lügt, aber das ist ja nicht schön, ja. Das ist ja etwas, was von, ja, man kann diesem Menschen ja nicht mehr vertrauen irgendwann. Klar, man redet und man ist zusammen und es ist auch alles in Ordnung. Aber ob da stimmt, was derjenige einem erzählt, das ist ja einfach total fragwürdig. Ich finde das überhaupt nicht gut. Und gerade, wenn viele Menschen zusammenleben und viele Menschen lügen, kannst du ja überhaupt gar keine Basis für eine Gemeinschaft entwickeln. Denn es kann ja alles falsch sein. Es kann auch alles richtig sein. Wie soll man denn Vertrauen aufbauen? Und wie soll man denn sich auf jemanden verlassen können? Und wie soll man denn Dinge planen, wenn ich denn nicht weiß, ob derjenige oder diejenige das einhält, was versprochen wurde? Oder das mir richtig erzählt hat? Oder vielleicht das Ganze total anders war, als derjenige es erzählt, ja. Ja, nein, Lügen, das, ich weiß gar nicht warum, aber ich kann es einfach nicht ab, ja. Und auch dieses, was ich manchmal mache, dass ich es so ein bisschen anders darstelle, ohne direkt gelogen zu haben, finde ich überhaupt nicht gut. Und ich versuche das tunlichste in meinem Leben zu vermeiden. Und man kann es nicht immer, glaube ich, weil wenn du zu direkt bist bei manchen Menschen, wirst du leicht verletzend. Und da die richtige Balance zu finden, den anderen die Wahrheit zu sagen, ohne verletzend zu werden, ist sehr schwierig und das kann ich nicht, ja. Da ich sehr direkt bin und die Wahrheit mir auf der Zunge klebt, kann ich auch die Wahrheit nicht gut verpacken, indem ich dann so ein bisschen das Ganze schlau formuliere, sodass ich den anderen nicht verletze. Und das gelingt mir dann eigentlich nur, wenn ich eben nicht so ganz die Wahrheit sage. Was könnte ich damit zum Beispiel, ich kann ja mal so ein Beispiel sagen, also derjenige sagt, oh, meine Hüfte, ich finde die ist so hässlich. Ich würde das am liebsten wegoperieren lassen und es ist so, es ist für mich so belastend. Dann würde ich dieser Person niemals ins Gesicht sagen, ja, also ich finde auch, die sieht richtig kacke aus. Also da musst du auf jeden Fall gucken, dass du das nicht so sehr präsentierst. Und da kann man ja dann schon mal anfangen, drüber zu diskutieren, ja. Denn wenn man etwas so direkt sagt, verletzt du denjenigen, ja. Und du bringst ihnen eine Art psychische Bedrängnis, die für diese Person auf jeden Fall schädlich ist. Man muss das Ganze also, wenn es auf freundschaftlicher Basis basiert, Basis passiert, Basis passiert, natürlich, Entschuldigung bitte, schon auch sagen auf die eine oder andere Weise, aber gut verpackt und gut in die Freundschaft eingebettet kommunizieren oder gar nicht sagen. Ja, also wenn man dann direkt um Rat gefragt wird, kann man einfach sagen, ja, es gibt halt Menschen, weiß ich nicht, die sind so oder so. Es gibt immer Möglichkeiten, die Wahrheit zu sagen und trotzdem den anderen Menschen nicht zu verletzen. Und das ist für mich das A und O. Ich mag es gar nicht, wenn Menschen durch ihre direkte Art andere Menschen so sehr verletzen, dass diese wirklich Probleme haben, diesen Tag zu überstehen, wenn sie immer daran denken. Und das sind so zwei Dinge, die ich immer noch nicht richtig gelernt habe, in meinem Zusammenleben mit den Mitmenschen zu kommunizieren. Ich bin sehr direkt und neige dazu, eher gekonnt zu verschweigen etwas, als es direkt zu sagen. Ja, weil ich möchte den anderen nicht verletzen, aber ich, da ich sehr direkt bin und manchmal rutscht es mir auch raus, ja, dann bestätige ich das einfach, ohne tatsächlich so darüber nachgedacht zu haben, was ich da eigentlich gesagt habe. Und das darf man einfach nicht machen, ja. Man muss, man muss immer das Wohl seiner Mitmenschen im Auge und in Betracht ziehen und darf nicht, nur weil man die Wahrheit so sehr liebt und es auch direkt immer sagen möchte, das auch tun. Allerdings finde ich es auch unehrlich, wenn ich um meine Meinung gefragt werde und es nicht sage, ja. Ja, also man muss auf die, also ich, man muss, man muss gar nichts, ja. Aber ich habe dann den Anspruch auch immer, trotzdem zu sagen, hör mal, ja, das ist jetzt aber wirklich nicht so gut. Also vielleicht, ne, bei Kleidern zum Beispiel, zieh lieber was Rotes an, statt das Dunkle, das macht dich blass. Und dann bin ich auch direkt und sage das auch, aber wenn es um Dinge geht, die wirklich den Menschen persönlich antatschen, wie der Körper, ja, sehr empfindlich bei der Frau, alles, was du gegen den Körper der Frau zum Nachteil sagst, ist auf jeden Fall verletzend, muss man sehr vorsichtig mit sein. Wenn weniger vorsichtig bin ich, wenn es um Dinge geht, die die Person gemacht hat und die mir nicht gefallen, dann sage ich das auch sehr direkt, auch wenn es verletzend ist, weil es verletzt mich ja auch, ja. Wenn diese Person irgendetwas macht, was mir nicht gefällt, dann ist es etwas, was mich belastet. Und da muss man drüber sprechen, ja. Ich schiebe das manchmal hinaus, weil mir das seelisch zu anstrengend ist, mich mit diesen Themen dann in Konfrontation zu begeben. Also das nimmt mich immer sehr mit, wenn ich mit anderen Menschen streite oder auch nur laut diskutiere, in einer Form, die eventuell auch schon zum Streit ausarten kann, dann versuche ich, das so lang wie möglich hinauszuschieben. Das größer wird natürlich auch das Problem, aber das mache ich schon, nur Lügen ist einfach etwas, was man in der Erziehung den Kindern beibringen muss, das macht man nicht, ja. Und das war früher auch noch viel intensiver in der Erziehung Thema. Heute habe ich das Gefühl, verschwimmt das Ganze so ein bisschen, auch, glaube ich, weil es in der Geschäftswelt und in der Berufswelt vor allen Dingen nicht immer schlau ist, die Wahrheit zu sagen. Also manchmal muss man, glaube ich, auch ein wenig, Entschuldigung, bitte um den heißen Brei herumreden, weil man sonst inkompetent erscheint. Habe ich ja auch schon mal erzählt. Aber in meiner Gesellschaft, wenn ich die Königin auf der einsamen Insel wäre, ich würde das so hinbekommen, da bin ich richtig sicher, dass es trotz direkter Wahrheit und der ausgesprochenen direkten Ehrlichkeit eine gute Gemeinschaft gibt und in der man gut zusammenleben kann, ohne zu lügen. Also davon bin ich richtig überzeugt. Ich glaube, dass die Gesellschaft, in der wir leben, inzwischen so sehr auf Lüge aufgebaut ist, sei es Werbung, sei es die Kommunikation allein schon und die Artikulation allein schon, ist ja auf Lüge oft aufgebaut. Man sagt etwas nur halb wahr, so wie ich es eben als Beispiel auch gesagt habe, dass sich der andere gar nicht richtig darauf verlassen kann, und dass das, was ich sage, auch wirklich genau die ehrliche Meinung ist. Social Media sowieso schon, ja, das ganze Internet, die ganzen Verstrickungen und Verwicklungen mit dem Internet, ja, sei es, ich will es hier keine Plattform nennen, sei es auch eine Retusche der Fotos oder der Videos, ja, auch oft allein, die spiegelt ja schon eine Welt da oder vor, die überhaupt nicht existent ist, ja. Nehme ich mal unser Medium, YouTube-Vlogs, ja. Bei mir, ich bin sehr darauf erpicht, das eben nicht zu machen, nicht vorzuspielen, falsche Tatsachen nicht vorzuzeigen, sondern bei mir kriegt ihr die nackte Wahrheit, also es ist jetzt hier alles nicht so sauer, ne, es ist halt ein bisschen unordentlich, so wie es bei mir halt so ist, mit Teegläsern von gestern Abend vielleicht, und wie ich da vergessen habe, würde ich normalerweise, ein normaler YouTuber nimmt das weg, ja, also das würden, glaube ich, 90 Prozent aller YouTuber machen. Viele bestellen Putzfrauen, bevor sie Vlogs drehen und lassen Innenarchitekten das ganze Wohnzimmer neu designen, bevor sie da irgendwie Vlog-Kanäle starten. Also, ich finde das alles eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Jeder hat seine Berechtigung, das zu tun, jeder soll es auch so tun und wie er möchte, aber für mich ist das auch alles viel zu anstrengend, ja. Lügen ist für mich einfach nur richtig anstrengend und richtig macht mich irgendwann natürlich auch kaputt, ja, das kann ich gar nicht. Und insofern, eine Gesellschaft, die nicht lügt, wäre, glaube ich, eine viel bessere. Und auch das Schummeln und das Schönreden mancher Dinge ist, glaube ich, Lüge. Und wir werden alle besser dran für das, glaube ich, nicht machen, es sei denn, wir verletzen andere Menschen. Da bin ich sehr darauf erpicht, die Wahrheit gut und dick in Watte zu verpacken, wenn es sein muss, ja. Und natürlich muss man manchmal auch hart sein und die Wahrheit ins Gesicht geben oder sagen, das muss halt jeder in seinem zwischenmenschlichen Bereich entscheiden und da abwägen, na, wie weit kann ich gehen, ohne Menschen psychisch anzutatschen. Das finde ich sehr wichtig, weil gerade heute, ja, gerade in dieser schnelllebigen Zeit bleiben viele auf der Strecke und fallen hinten durch, durch das Raster und können einfach nicht mehr, ja. Ja, die sind total kaputt von der finanziellen Not, auch die viele plagt, begleitet, macht das Ganze nicht besser. Und da müssen wir einfach auf unsere Mitmenschen Acht geben und sie mitnehmen, ja. Nicht durch das Loch fallen lassen und nicht mit der Wahrheit, die eventuell trotzdem richtig ist, sie so trotzdem präsentieren, dass sie andere nicht so sehr verletzt. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.